Hallo, du wundervolle Seele! Ja, wie schaffst du es, dich von schweren Energien zu befreien, vor allen Dingen, wenn es um Verstrickungen in Beziehungen geht? Darauf gehe ich hier ein. Wie Verstrickungen überhaupt zustande kommen, welche Mechanismen da eben eine Rolle spielen, das ist ein komplexes Thema, also ganz spannendes Thema. Und am Ende erkläre ich dir natürlich, wie es du schaffen kannst, diese Verstrickungen aufzulösen. Mein Name ist Ralf Riedl. Ich bin seit über 20 Jahren auf dem schamanischen Weg ausgebildet in zwei verschiedenen Traditionen, dem anderen Schamanismus aus Peru und der Schwarzwuss-Indianer aus Kanada und gehe noch weiter den Weg tiefer in den Dschungelschamanismus. Wie kommen Verstrickungen überhaupt zustande? Aus schamanischer Sicht ist es so, dass wir Emotionen in uns selbst tragen, die dann dazu aktiviert werden, die wir entweder auf den anderen projizieren oder in uns selbst ein Thema aktiviert wird, das uns nicht gut tut. Und deswegen sage ich zu jedem meiner Klienten immer wieder, how you relate to the issue is the issue. Was es mit dir macht, also eine Situation oder Person, das ist das Thema. Wenn genau dieses Gefühl, was es auch auslöst, such dir mal eine Situation aus deinem Leben heraus, wo du das Gefühl hast, dass du vielleicht verstrickt bist, mit einem negativen Gefühl angehaftet bist und du diese Person oder Situation gerne auflösen möchtest, also diese schwere Energie gerne auflösen möchtest. Und es liegt eben daran, wie du auf diese Situation reagierst. Das heißt, welches Gefühl kommt denn hoch? Und dieses Gefühl, ob es Angst, Wut, Trauer, auch vielleicht sogar Hass ist, kann entstehen als Reaktion dadurch, dass du entweder dich selbst nicht lebst, also dich selbst unterdrückst in deinen eigenen Handlungen, in deinem eigenen Auftreten, wie du nach außen wirkst und dem anderen vielleicht mehr zugestehst, also ich sage immer Pleasing dazu, also dem anderen mehr gibst, als dass du eigentlich unterschwellig möchtest, denn unterschwellig möchtest du ja geliebt werden, möchtest du anerkannt werden, möchtest du ja auch etwas Besonderes sein und das kommt oft eben aus der Kindheit, dass wir genau dieses Muster aktiviert haben, also jemandem etwas mehr zu geben, als die mir eigentlich gut tut, zu pleasen über die Maßen hinaus, als ob das es dir gut tut, also über die Maßen hinaus, dass es dir also nicht mehr gut tut und unterschwellig erwarten wir alle in dem Moment, dass wir eine Belohnung dafür bekommen, dass wir anerkannt werden, dass wir geliebt werden, was auch immer was es ist, das wir aber nicht bekommen, das war auch in der Kindheit so und trotzdem versuchen wir dieses Gefühl immer wieder und immer wieder zu haben, weil wir dieses Loch in unserem Herzen tragen aus fehlender Liebe und fehlender Anerkennung und das ist letztendlich unser Antrieb, der uns immer weiter und weiter in eine Verstrickung hinein manövrieren lässt und diese emotionalen Verstrickungen, die wir in unserem Leben haben, können auch tiefere Glaubenssätze in unserem Leben betreffen, also gesamte Lebenssituationen betreffen, wo wir uns selbst verstrickt haben, ohne es wirklich zu merken. Das heißt jetzt ganz konkret, dass du auch aus der Vergangenheit gelernt hast, wie die Welt ja funktioniert, also ob es Mangel gibt, ob genug da ist, ob nicht genug da ist, das ist ja dir vorgelebt worden und wenn du jetzt quasi in einem Familiensystem aufgewachsen bist, das eben mehr Mangel hatte und vielleicht auch schwierige soziale Verhältnisse auch hatte, dann entstehen natürlich verschiedene Schutzmechanismen, dass wir nicht mehr genau so darunter leiden, wie es vielleicht anfänglich in der Kindheit war und wir haben Strategien entwickelt, um das eben zu vermeiden. Und jetzt kommt der nächste Schritt, wie wir es schaffen können, dann eben überhaupt zu erkennen, dass wir eine Verstrickung haben. Dazu möchte ich dir eine Frage stellen. Trägst du in dir ein Gefühl, dass du vielleicht für etwas Größeres bestimmt bist, als genau das, was du momentan lebst? Kannst du mir auch gerne unten kommentieren. Weil dieses Gefühl hatte ich jahrelang auch. Und ich kann dir jetzt sagen, dieses Gefühl, was du wahrnimmst, wenn du das wahrnimmst, vorausgesetzt, ist dein Gefühl in deinem Herzen, dass du deinen Wesenskern noch nicht auslebst, also dich noch nicht echt zeigst. In Wahrheit, wer du in Wahrheit bist, also den noch nicht echt zeigst. Und das liegt eben daran, dass wir ummantelt sind mit Glaubensmustern, mit Verhaltensmechanismen, die uns nicht erlauben, uns echt zu zeigen. Also wir sind verstrickt mit Situationen und Personen im Außen. Damit auch gekoppelt haben wir schwere Energie, also wie ich es vorhin erzählt habe, Angst, Wut, Trauer, Hass, Neid und so weiter, Scham und Schuld, dass wir uns schämen dafür, uns wirklich echt zu zeigen. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, das war das erste Mal, wo ich mich vorne hingestellt habe. Es war eine Ausbildung auf einem Seminar. Und ich habe auch gesagt, zu der Zeit, zum ersten Mal, dass ich auch irgendwann mal auf einer Bühne stehen möchte und Menschen begeistern möchte, Herzen berühren möchte. Und das ist quasi das, was mich total erfüllt. Und das hatte ich mich noch nie vorher getraut, überhaupt auszusprechen. Und allein das auszusprechen, hat mich so enorm gepusht und so enorm befreit, weil ich zum ersten Mal mich selbst nicht zurückgenommen habe, sondern zu mir selbst gestanden bin und das nach außen hin ausgesprochen und gezeigt habe. Und es ist nichts Schlimmes passiert, wovor ich immer Angst gehabt habe. Ja, das ist unsere Verstrickung. Wir verstricken uns mit unserem Umfeld, weil wir glauben, eine Rolle, die wir bisher eingenommen haben, einnehmen zu müssen, wenn wir diese Rolle des kleinen Ichs, das wir momentan noch waren, nicht mehr einnehmen. Ich behaupte jetzt auch, spirituell gesehen, nicht mehr das Kind zu sein, sondern jetzt erwachsen zu sein und zu dir selbst zu stehen. Die Verantwortung für dich selbst zu übernehmen und dir jetzt selbst zu erlauben, aus den Verstrickungen des kleinen Kindes herauszugehen. Und ich behaupte auch, ganz viele Menschen, die sind spirituell gesehen oder schamanisch gesehen, Kinder in erwachsenen Körpern, wo viele Menschen immer noch das Gefühl haben, sie sind das Kind, das dann quasi den Eltern ausgeliefert ist und also quasi anderen Autoritätspersonen auch ausgeliefert ist, die die Macht haben, dein Leben negativ zu beeinflussen. Und diese Projektion, diese Macht, die wir anderen dadurch geben, erlauben natürlich anderen auch, diese Macht auf uns auszuüben. Und genau das ist die Verstrickung. Einmal, dass du jetzt lernst, erwachsen zu werden, spirituell gesehen, das heißt auch der Jaguar zu werden, sich aus diesen alten Strukturen herauszulösen. Und das Zweite ist auch, dass du ganz bewusst keinem mehr die Macht gibst, von dir selbst heraus, dein Leben negativ zu beeinflussen. Und genau dann entstehen eben nicht gute Beziehungen, wo weitere Verstrickungen weiterhin produziert werden. Das bedeutet, dass es Menschen gibt, die sich selbst nicht gestatten, sich selbst zu leben und auf andere aber projizieren, wenn sie sich selbst leben, dass sie neidisch sind, dass sie andere sogar vielleicht hassen, dass sie vielleicht auch missgünstig sind usw. und es ist eben wichtig zu beobachten, dass wenn diese Gefühle in dir aufkommen, und das ist jetzt nicht wertengemeint, bei mir war es am Anfang auch so, dass solche Gefühle hochgekommen sind, wenn jemand in der Fülle war oder ein leichtes Leben hat und ich muss kämpfen, dann ist es in mir schon so gewesen, dass ich manchmal eifersüchtig war, das ist noch gelinde ausgedrückt, oder eben das Gefühl habe, Mensch, also ich habe einfach meinen Frust auf andere projiziert, ohne es am Anfang zu wissen. Aber als ich gelernt habe, dass andere, wenn wir vorleben können, auch ein freies, unbeschwertes, leichtes Leben zu leben, dass es auch für mich möglich sein kann und ich jetzt genau darauf achten muss, und da schließt sich der Kreis wieder, how you relate to the issue is the issue, also was es mit dir macht, das ist dein Thema. In dem Moment, wo ich dann neidisch war, missgünstig, oder wütend vielleicht auch, je nachdem, welches Gefühl dann auftritt, das ist das Thema. Und genau das ist das Thema, was dich weiterhin verstrickt, was dich weiterhin in einer Abhängigkeit hält, weil du nämlich in deinem Potenzial nicht voll dich auslebst, sondern dich klein machst, aus verschiedensten Gründen. Und wenn du da hinschaust, also was es mit dir macht, dann bist du auch in der Lage, das aufzulösen und es positiv zu verändern. Weil dann kommen wir zum nächsten Schritt, und dass du anfängst, dir selbst die Erlaubnis zu geben, auch so ein Leben führen zu dürfen, dich auch groß zu zeigen, auf Augenhöhe mit anderen zu sein, oder auch, ob es jetzt die Fülle ist, oder andere, Freiheit, ja, freies Leben zu führen, was es mit dir macht, dass du dir selbst anfängst, dir Erlaubnis zu geben. Und es kann sein, dass dann Widerstände hochkommen, zum Beispiel ein Verrat an deiner eigenen Familie, sag ich mal, ja, ein Gefühl des Verrates an deine eigene Familie kann hochkommen. Weil es von deiner Familie dir so beigebracht worden ist, und wenn du jetzt plötzlich anders denkst, fühlst und handelst, kann ein Gefühl entstehen, wie wenn du deine eigene Familie verrätst, weil es letztendlich auch so ist. Du verrätst dein altes Universum, wie du es gelernt hast, wie die Welt wohl funktioniert, und begibst dich weiter auf ein weiteres Universum hinein, was mit dem alten Weltbild vielleicht teilweise nicht mehr übereinstimmt, und dadurch vergrößest du deine Welt und löst diese alten Verstrickungen auf, begibst dich aus dem Kindheitsstatus in den Erwachsenenstatus, und dann geschieht eben Folgendes, dass du auch hier in deiner Familie, in deinem Freundeskreis plötzlich nicht mehr in diesem Kindheitsstatus bist, dich kleiner fühlst, wie vielleicht alle anderen, oder wie es auch manche Eltern gerne haben, dass sie ein Leben lang ihre Kinder, die mittlerweile schon erwachsen sind, immer noch wie Kinder behandeln, aber dass du dann für diese Programme und für diese Art von Verstrickung nicht mehr zur Verfügung stehst, sondern dass du jetzt, ab jetzt, dir selbst die Erlaubnis gibst, ich bin ein erwachsener Mann, eine erwachsene Frau, und bin auf Augenhöhe mit den Eltern oder anderen Autoritätspersonen, dass du ganz bewusst diesen Shift machst, den sogenannten Bewusstseinsschift in den Erwachsenenstatus hineinzugehen. Und aus diesem Erwachsenenstatus heraus bist du erst mal in der Lage, diese Verstrickungen aufzulösen. Deswegen habe ich mir jetzt auch die Mühe gemacht, das Ganze ein bisschen mehr zu erklären, weil viele glauben immer, ja, ich muss jetzt ein Feuer machen und trenne mich jetzt von diesen schweren Emotionen, dann ist es fertig. Nein, das Ganze ist ein komplexer Übergang, ein kompletter Shift, eine Transformation, dich aus diesen alten Verstrickungen zu lösen, denn die hast du ja nicht ohne Grund. Denn die Verstrickungen entstehen aufgrund dessen, dass du noch im Kindheitsstatus warst. Oder wenn man es jetzt einmal nüchterner betrachtet, wenn man zwei Verhandlungspartner hat, ja, dass der eine dem anderen etwas gibt, in Erwartung etwas zu bekommen, was er aber nicht bekommt. Und dann kann es eben passieren, dass der andere das einfordert irgendwann. Dann kippt quasi das Verhältnis, die Harmonie zwischen Geben und Nehmen, ganz vereinfacht ausgedrückt. Ja, und um jetzt Verstrickungen zu vermeiden, ist es wichtig, dass du, wenn dir etwas angeboten wird, auch deine entsprechende Gegenleistung dafür bereitstellst. Und wenn diese Gegenleistung nicht klar definiert ist, dass du dieses Geschenk oder diese Dienstleistung nicht annimmst, dann entstehen auch ganz einfach ausgedrückt keine Verstrickungen. Ja, und wenn du dich jetzt immer noch im Kindheitsstatus befindest, dann nimmt das Kind unbewusst erst mal alles an, ja. Ja, und dann entsteht natürlich auch ein Erwartungsdruck von den Menschen, von denen du fleißig das auch angenommen hast, ohne wirklich etwas gegenzuleisten. Denn es hat immer eine Gegenleistung zufolge, außer natürlich in Ausnahmefällen, wenn du etwas bekommst, weil derjenige oder diejenige einfach zusehen will, wie du dich freust und damit ihr Herz selbst beglücken. Und selbst das ist ja auch wieder eine Erwartung, dass sie sich an deiner Freude auch mit aufladen können, also ganz streng genommen. Ja, und wie schaffst du es jetzt, deine Verstrickungen auch zu lösen? Also wenn du merkst, du hast eine Verstrickung mit einer Person, mit einer Situation, mach dir bewusst, dass du in den Erwachsenenstatus gehst, nicht mehr in den Kindheitsstatus, um weitere Verstrickungen zu vermeiden. Der zweite Punkt ist, dass du dir bewusst machst, welche Emotionen wird in dir erzeugt, wenn du in dieser Situation, in dieser Präsenz der Person oder auch in der Situation eben bist, dass du hier wirklich rein fühlst, was es mit dir macht. Denn dann bist du erst in der Lage, diese Verstrickung oder auch emotionale Verknüpfung, die es in dir auslöst, zu lösen, also dieses Gefühl wahrzunehmen und zu fühlen. Ja, und das ist ganz wichtig, das ist die Grundlage, sonst funktioniert das, was ich dir jetzt erkläre, nicht richtig. Und wie du es jetzt schaffen kannst, diese Verstrickung schamanisch zu lösen, da gibt es verschiedene Arten davon. Ich will dir davon eine erklären, die einfachste Methode. Und zwar, du nimmst ein Blatt Papier, schreibst dir dieses Gefühl, was es mit dir macht, auf, nimmst dieses Blatt Papier, konzentrierst dich nochmal auf diese Situation oder auf diese Person, machst die Augen zu und pustest nochmal dieses Gefühl rein, also richtig kräftig. Dann hast du eine weiße Kerze vor dir, eine Schale neben dir und dann zündest du dieses Blatt Papier, wo dieses Gefühl draufsteht, über diese Kerze an und wenn es schön angebrannt ist, legst du es in die Schale hinein. Und ganz wichtig, wenn es einmal brennt und du hast es in die Schale geworfen, fasst dieses Blatt nicht mehr an, bis es verbrannt ist. Und das Ganze kannst du mir auch gerne mal kommentieren, wenn du es mal gemacht hast. Ich lese mir auch wirklich jeden Kommentar durch. Momentan habe ich aber so viele Kommentare, dass ich keinen Kommentar mehr beantworten kann, aber ich schaue mir wirklich jeden einzelnen Kommentar an. Versprochen. Und bin mal gespannt, was sich bei dir im Leben verändert. Und ganz wichtig dabei ist natürlich, am Ende, wenn du es gemacht hast, dass du immer wieder in diesen Erwachsenen-Status reingehst, um zukünftige Verstrickungen zu vermeiden. Das Ganze funktioniert natürlich im Einzelfall sehr, sehr gut. Aber wenn du vielleicht vor größeren Veränderungen stehst, wo du merkst, du möchtest dein Leben komplett neu orientieren und du möchtest mehr zu dir selbst kommen letztendlich und fühlst auch diese Verstrickungen, die du noch mit deinem alten Umfeld hast. Und wenn du dazu auch noch wahrnimmst, dass du dazu auch professionelle Hilfe brauchst, dann ist vielleicht das schamanische Mentoring genau das Richtige für dich, wo wir dir helfen können, die Veränderungen in dein neues Leben eben mit zu begleiten. Und wenn dich das jetzt anspricht, dann befindet sich der Link unten in der Beschreibung und mein Team und ich sprechen erstmal in Ruhe über deine Situation, um zu sehen, ob und wie wir dir helfen können. Ja, das waren meine Impulse zu diesem Thema und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann leite dieses Video gerne in andere weiter oder teile es und wenn du mehr Impulse oder auch Einblick in meine Tagesroutinen haben möchtest, dann folge mir einfach auf Instagram. Der Link befindet sich auch unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.